Ich wäre, ich wäre bei dir geblieben. Für immer. Ich hätte mich völlig umgekrempelt. Ich... Ich habe mit dir heute einen Freund verloren. Und stattdessen eine Freundin gewonnen, von der ich gar nicht weiß, ob ich sie will. Aber was heißt Freundschaft überhaupt? Oder Liebe? Es gibt viele Arten von Freundschaft oder Liebe. Aber keine von ihnen kreuzt unseren Lebensweg, ohne eine Spur zu hinterlassen. So wie du bei mir eine Spur hinterlässt. Du warst mir der beste Freund in der schwersten Zeit. Dafür danke ich dir. Immer. Oh Gott, ich habe es geschafft. Ich habe ihn verloren. In einem Moment ist man jemandem näher als irgendwen sonst auf der Welt. Und am nächsten weiß man, dass man ihn nie wiedersehen wird. So wie wir es geschafft haben, wie wirooh emanenterm London, Und wo wo wir das, wie wir ihn auch nicht vereו� sagen. Vielen Dank.